Ein US-Amerikaner hat die Grenze nach Nordkorea überquert und ist dort von den Behörden in Gewahrsam genommen worden. Ein US-Amerikaner hat die Grenze von Südkorea nach Nordkorea überquert und wurde im abgeschirmten Staat festgenommen. Das erteilte das für das Gebiet zuständige UN-Kommando, das von den USA geleitet wird, an diesem Dienstag bekannt gegeben. Das UN-Kommando twitterte, dass der US-Bürger auf einer Tour zum koreanischen Grenzdorf Panmunium war und die Grenze in den Norden ohne Genehmigung überquerte. Er befinde sich derzeit in nordkoreanischem Gewahrsam und das UN-Kommando arbeite mit Nordkorea zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Der US-Amerikaner Otto Warmbier war nach langer Gefangenschaft in Nordkorea nach seiner Rückkehr in die USA im Alter von 22 Jahren verstorben. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat ein atomwaffenfähiges U-Boot der US-Marine einen Hafen in Südkorea angelaufen. Wenige Tage zuvor hatte Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete abgefeuert hat, die möglicherweise von festem Treibstoff angetrieben wurde und sogar rekordverdächtig lange geflogen sein soll. Das Pentagon hatte die Anwesenheit des U-Boots der Ohio-Klasse in der südkoreanischen Hafenstadt Busan offiziell bekannt gegeben.